Du bist 2007 das Supertalent gewesen, aus der ersten Staffel. Das wird dich immer mit dieser Sendung verbinden. Wenn Leute das Supertalent mal nennen, wird dein Name immer kommen. Oder zumindest derjenige, der Tenor war und ist. Ja, das war natürlich, das steckt mir immer noch im Herzen drin, dass ich damals das Ding gewonnen hatte. Und wie man sieht, wir haben ja auch Sommer jetzt bald. Und ja, da kommen jetzt auch mal die etwas anderen Klamotten zum Vorschein, damit man sich nicht hier totschwitzen muss. Und wie bist du zum Supertalent gekommen damals? Damals war es ja nicht bekannt. Was ist das Supertalent? Viele dachten, was ist das Supertalent? Warum sollen wir uns da bewerben? Und du warst einer der ersten. Wie bist du da hingekommen? Also ich bin damals da hingekommen. Ein guter Freund von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht, beziehungsweise seine Frau. Und ich sollte quasi einfach eine Begleitung sein. Und dann habe ich mich da angemeldet. Und es gibt ja da immer ein Forecasting. Und ich ging da hin und habe ein Lied gesungen, was eigentlich so für in deutschen Kreisen eigentlich sehr unbekannt ist. Ein kleines Lied von Tosti. Welches denn? Klassik-Kenner würden das kennen. Das ist das Lied Avokela. Natürlich! Das Süße München übersetzt. Ach, Süße München? Ja, und das ist ein wirklich sehr, sehr süßes Lied. Und denen hat es gefallen und ich bin dann weitergekommen. Wie ist denn, du hast denn irgendwann nach diesem Gewinn beim Supertalent, hast du ja auch eine CD aufgenommen. Ja, it's the beginning. Ja. Wie ist die denn eingeschlagen, die CD? Die CD ist ganz gut eingeschlagen. Sie ist dann von 0 auf 22 gegangen. Ich glaube sogar fünf oder sechs Wochen lang und das ist ganz gut gewesen. Man muss ja dazu sagen, die Platte wurde innerhalb von fünf bis sechs Tagen aufgenommen. Ach so, du entschuldigst dich jetzt hier dafür. War dich so schlecht? Nein. Bist du zufrieden damit? Natürlich mit den Jahren gewöhnt man sich mit anderen Geschmäckern. Und natürlich dadurch, dass ich jetzt auch studiere, auch bei einem super, wirklich super guten Professor bin. Das ist der Professor Konrad Janot in Düsseldorf an der Robert-Schulmann-Hochschule. Und ich muss sagen, da hat sich auch wirklich stimmlich sehr viel was getan. Und natürlich, wenn man dann die alten Aufnahmen hört, ist das schön und gut, aber dann möchte man natürlich das wieder neu machen mit der neuen Technik, mit allem. Und deswegen ist es heute so ein bisschen schwer, jetzt wieder an diese CD zu glauben. Oder die meisten Italiener, die mögen doch klassische Musik im Gegensatz zu den Deutschen. Ja, das kann man so und so sehen. Die Italiener sind natürlich mit der Oper groß geworden, sagen wir mal so. Also das hat ja alles angefangen mit Monteverdi und Puccini. Puccini war schon am Ende der Romantik. Aber ich meinte, das hat ja angefangen mit Monteverdi, mit dem 15, im 16. Jahrhundert schon. Natürlich, dann kam Mozart dazu, dann kam Österreich und Deutschland alles dazu. Und ja. Hast du eine Tour? Hast du eine CD? Ich habe viele Konzerte, keine spezielle Tournee, aber ich habe Konzerte in der Hochschule und auch auswärts von Düsseldorf natürlich. Neues.